Hallo und Herzlich Willkommen hier zum Wettbewerb hier auf der Karte der Ökentüre. Ne, das ist nicht Marsch, die sind kaputt 0. Ja, äh, 3 bis 5. Mir wird zu lange her. Ich mach ganz kurz ein paar Tromen zu unseren Feldern und zwar Feld Nr. 2 und 3 und 4. Ob das jetzt aktuell noch ist, mal gucken, ne. Hier ist ja gerade mal die D-Rest, die passt schon. Weil es ja auch recht flächig ist, am ersten Mal messen, da ist man ganz schön, äh, da kann man ein bisschen besser machen. Am ersten Mal hatte ich noch eine sehr kleine Reis gehabt. Ah, hier unsere G-Reste klappt. Unser Zerion ist leider leer. Die machen, weil die Dünger sehr viel ausgebracht hat. Mit der G-Reste ist, äh, dann wird der Vetter nicht mehr. Oder ist, alle. Kann so sein. Kann so sein. So, mal ein bisschen. Und das ganze Feld einfassen. Dann haben wir jetzt. So, ist fertig. Dann fahren wir noch rüber auf der Nr. 3. Äh, wir haben jetzt keine Pflegebereitung. Ist noch mal nicht gewachsen. Ist noch mal nicht ganz so traumatisch. Ähm, schau gerade rüber. Ähm, jetzt, äh, mach hier mal zwei Messungen. Und dann gehen wir gleich links. Irgendwo neu. Ich muss zwei Bar noch machen, ne Brüder. Ist überhaupt vergessen worden? Oder ist wir noch nicht sehen? Hm, ist trocken aus. Ja, ich habe einen vergrößerten Radius. Einfach deswegen mal. Und dann würde das Messen ja, äh, ausatmen. Das ist ein bisschen solider. Dann haben wir mal drei. Dann haben wir noch ein Messgenessen. Ab vorholt ich noch ein bisschen. Wahrscheinlich viel Dünger. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe mal so festgestellt, am meisten Ertrag bringt Lebenbogen ein. Ein sehr guter Trag. Dann fahren wir mal wieder runter. Das ist ja auch interessant. Der Rüllen sieht auch schon Dörrschild aus. Wir haben trocken. Trocken, trocken. Hab sich der mit dem Guillermot Mühe gemacht, vielleicht letzten Jahre. So eingeprägt. Da wird auch ein bisschen gewachsen. So. Ausmachen. Coat gleich eingeben. Ein Fahrzeug so. Einschicken. So. Und dann gleich mal wahrscheinlich Dünger haben. pH wird schlecht. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich Dünger hat. Also Stifteufel perfekt. Hier ist schlecht. Aber es hat mir aufgehört. Raps zehn Prozent. Na ja, kann man nicht meckern. Raps ist halt, äh. Müssen wir vorher ausschalten. Also entlassen. Ganz kurzzeitig. Und starten. Wir müssen Dünger holen. Und dann müssen wir auch noch bald kalt streuen. Also das wird auch noch kommen. Das ist ein bisschen ungünstig. Und dann kann man schon ein bisschen erkennen, ob die Spuren das auch ausmachen, weiß ich nicht. Jedenfalls das Eindrücken und das, äh. Also bodensverdichtens und, äh. Der, äh. Der Klub kann man sagen, ne. Also dieser Wassergeräder sich durchdrehen leicht. So. Da müssen wir lieber. Der andere ist fertig. Ah, dann ist gut. Dann kommen wir da als nächstes nachher anfangen mit, äh. Rapsaussaat. Mit Beginn. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger brauchen, ne. Weil da schon, äh. Grundgehalt an Stickstoff ist vorhanden. Ist aber jetzt ein bisschen irreführend, weil. Weiß man nur dann die richtige Menge, wenn davor eine Frucht drin war, ne. Also im Prinzip, wenn jetzt, äh. Weizen drin ist, dann kann er genau berechnen, wieviel brauchen Weizen an, an Bünger, an Stickstoff. Das weiß man nichts drin ist, kann er auch nichts berechnen. So. Ich sag mal, äh. Einer vom Fach, der weiß nur ganz genau, was der Bohnen nur haben will. Wo, wieviel er schon mal vorher reingehen könnte und musste. Ich brauch Dünger, Junge. Dünger. Wo haben wir denn hin? Das ist kalt. Ja, dann, äh. Kann man es manuell eingeben, ne. Da kriegt man es automatisch. Und dann müsst ihr mir mal reingucken, was hier noch reden würde bei Raps. Wenn man Dünger mal braucht, ne. Normalerweise müssen wir auch mehrere Schübe machen. Weil, einmal ist ja auch nicht ganz korrekt. Aber ich warte mal ab, was da jetzt noch kommt. Wie es weiter geht, weil der Mott ist ja noch nicht fertig. Oder die Ziele kommt dann noch sicherlich um zu. Das ist ja die erste Tappe, dass ich ein Projekt für zwei Jahre, das wollte ich gelesen habe. Und das, äh, lassen wir geraten, ne. Fahren wir schnell zurück und lassen da weiter arbeiten. Dann würde der gleich wieder auffällt im Motorrad 2. Können wir hier auch die Autorkurse ausmachen. Also die Grundzüge für autoreifende Straßen habe ich genommen. Äh, von Holger hat er mal eingefahren und veröffentlicht. Und ich habe es halt für meine Bedürfnisse angepasst. Das heißt, für Kaufstationen, äh, ja, Produktion, ne. Oder, äh, Stelle, wie jetzt Gülle zum Beispiel. Gülle ist für mich jetzt wichtig. Blocking. Blocking. Blocking heißt immer für mich, da steht irgendwo. Die verschiedene Böhlen sehe ich gerade so. Aber im großen Garten Stickstoff ist schon mal perfekt. Klar, der Streifenwur noch nicht, ausgesehen, das ist natürlich nicht. Jetzt habe ich mal kurz gemessen, ne. Zwei waren noch, also hier fertig. Ich hab's halt, du keinen nachzuklangenst, also sagst du nicht. So, ich kann mal ausklappen und gehe da zum Bezüge. Ich glaube nicht, dass sie sonst bei der Fahrt machen würden, ne. Das wäre, glaube ich, nicht, äh, ratsamer den teuren Kräten, ne. Dass sie irgendwie geschäden können. So, den stellen wir wieder ein. War nicht mal den ersten Punkt, sondern am nächsten passenden Wegpunkt. Das war einstellen. Das dürfte hier gleich ein bisschen nach, ne. Sonst haben wir da. Irgendwann fehlt aber nicht. Mist, das funktioniert. Und wo blockt der nun? Der ist auch fertig. Gürle. Ausladen. Ich will mal ganz kurz ausschalten. Wieder an. Ich möchte als eigenes Symbol kommen. Ach, das kann sein, dass wir da den Punkt ein bisschen verschieben müssen. Ein bisschen. Denn sonst, wenn der steht und nicht weiterfährt, ähm, äh, äh, steht irgendwann der Mistfahrer, ne. Dann machen wir das kurz leer. Dann müssen wir anschalten. Dann lassen wir die Runde fahren. Ne, sodass der BGH arbeiten kann. Ja, so eine, so eine, so eine Produktion, so eine Abladepunkte, äh, Punkte und sowas. Dann müssen wir ja mal einlaufen, also einfahren. Guck mal hier, was wir an Gärreste haben, ne. 117.000, wird praktisch die Gülle umgewandert zur Gärreste, nachdem Energie gewonnen wurde, ne. Das heißt, wir kriegen ja viel Gülle noch Geld. Ne Uhr. So, dann ist der fertig. Hier haben wir ein bisschen ausgebracht. PA war jetzt schlecht. Muss man garantiert noch kalt öffnen. So. Also den brauchen wir auf 3 auf keinen Fall. Äh, auf 14. Hier mal kurz, kurz. Und lassen. Und den Kurs können wir löschen. Die speichern wir jetzt nicht ab. Weil... Ist ja auch Quatsch, ne. Jetzt haben wir ein bisschen Wasser draufgepackt am Feld, ne. Wir können mal praktisch Feld 2 probieren. Plan kann es ja nicht, äh, in dem Fall nicht. Wir müssen nur Feld 14 eintragen. Obwohl Feld 2 eigentlich ganz gut aussieht. Von der Menge her. Wir müssen nur gucken, wo Feld 2 fällt. Wo die Zufahrt ist. Das ist ne... Im Grunde... Hier ist ne Ausfahrt. Ich zeige an den Pfeilen. Hier sind die Pfeile, da sind die Ausfahrt. Und es braucht ne Zufahrt. Eigentlich kann man da so machen, dass man sagt, okay man geht. Also da ist der ganz schön rot. Da muss viel, viel Dünger rein. Ich glaub hier nebenan wird nicht der erste draufgehen. Hier könnte es super sein. Ah, hier sind auch 50 Abfahrer. Okay, da ist es. Da fahren wir nochmal. Ganz süß. So. Also hier ist, um nur Feld 15 eintragen. So. Also hier ist, um nur Feld 15 eintragen. So. Denkmal hier werden wir nicht viel raufbringen. Und hier werden wir gleich einen Kurs programmieren. Mit Kursplay. Und. Jetzt Generierung 15. Nehmen wir zwei Vorgewände. Mit Weichen schon okay. Die Sache an der Ecke ist nicht ganz informatisch. Wenn was fehlt. Und. Der erste Nähpunkt. Wir beginnen. Aureif entladen, ausfüllen, übergeben. Das ist wichtig. Sonst hat nix. Und hier. Gölle Modus. Und hier einstellen. So. Der ist fertig. Da können wir gleich mal aufsteigen. Und rüber laufen. Sonst wird er gleich das erste Mal meckern, wenn er stehen muss und warten muss. Guck gerade. Passt. Überlänge ist auch nicht so ideal, aber wenn es zu kurz ist auch blöd. Deswegen möchte ich jetzt nicht aufhören. Wäre ungünstig. Hier sind einige Stellen, die scheinen irgendwas zu sein. Keine Ahnung. Die müssen auf jeden Fall müssen wir. Auf jeden Fall noch Kalk geben. Und dann Möglichkeit bevor. Nehmen wir Straße. Neh. Neh. Und dann Möglichkeit bevor wir. Wachstum beginnen. Also die erste Wachstumsstufe da geht das noch. Da hab ich mal so genau nicht gehört im Video von Bauer Hannes, der fährt rüber und bringt Göhle raus für seine Pflanzen, in der ersten, naja, zum Anfang und das wächst trotzdem noch. Ansonsten beim Wachstum, äh, hier, kurz, äh, und hier, da tun wir es gut, Stift, 4, Stellung, da muss ich mir ausschreiben, da ich das die Folge, wenn ich das Stück rauschneiden werde, oder rausschneiden will, ne, bei 13 sind wir ja zu kurz und bei, ja, richtig verabschieden möchte ich mir auch schon, wenn es nicht länger gedauert hätte, dann muss ich mir halt mehr ausschneiden, ne, aber hier ist Abfahr, das passt auch, oh, hier holen wir ja nicht zu, ne, also im Prinzip drum fällt, muss man da beginnen, wo im Prinzip, äh, der an sich rauf fährt so, äh, kurz, rechtsklick, halten, kurz löschen, kurz generieren, fällt 2, ich wollte ja 1, 2, 3, 3 fällt auf jeden Fall mal ein Raps machen, ok, 1 auch noch, mach mal sehen, äh, hab ich auch nicht entschieden, und, im ersten wir hingeguckt, und hier kann er so ein bisschen, äh, du, du, willst du hin, da muss ich ein bisschen eingreifen, sonst, der fährt sich da oben dämlich, rückwärts und so, irgendwie bei der Brücke ist er ein bisschen unkürzig, wenn ich vielleicht rauffahren soll, wäre besser gewesen, halt beim nächsten Mal, ne, so, jetzt stellt er ja gleich entsprechend ein, so scharf ist bei so einem Feld nicht gut, ne, das klappt trotzdem, er hat ja Allrad, ne, und da wird auch gleich entsprechend Dünger ausgegeben, ne, also, wo daher, ich darf nicht ganz so viel sein, wie im anderen Modus auch 200 Kilogramm, ne, 370 Kilogramm-Hekte, ne, das ist heftig, aber wir wollen ja auch nicht gescheite Erträge haben, ne, das ist ja das Entscheidende, deswegen, die nächsten Felder werde ich auch noch entsprechend, äh, dann vorarbeiten, so, mal gucken, das ist ja Dünger, und der Heu, bringt der aus, der bringt noch der das aus, liegt an, und das, äh, Flechtdecken, 20 Kilogramm, so, hier Ausfahrtmenge angepasst anhand von Ertragspotenzial für Sandung und Leben, äh, 4 Kubikmeter pro Hektar, so, das hat, äh, Stickstoff automatisch, das heißt 20 Kilogramm, nebenbei kommt noch ein bisschen Wasser hinzu, das passt, so haben wir optimal gedüngt, also so, vorher war es ja, äh, äh, so hellgrün, und jetzt haben wir's, dunkelgrün, das passt, also ist gar nicht so verkehrt, können wir nicht springen, das macht er allerdings öfters, ne, pH-Wert, okay, Stickstoff, äh, gut, ja, gut, da fehlen noch 20 Kilo, können wir erstmal wachsen, nochmal düngen, äh, was wollte ich jetzt machen, kalt vorbereiten, ne, genau, das war Wasser, unser, unser Wasserfass, aber die Produktion braucht aktuell kein Wasser, und der knallt nochmal, und da wird's dunkelgrün, ne, der knallt jetzt raus, 80 Kilogramm, das ist einzig perfekt, also Gäreste vor, bringt auch was, ne, so, wir werden gleich mal rüberlaufen, ne, na, für Feld 1, hier ist alles, oh, pH-Wert schlecht, ja, gut, Stickstoff perfekt, das ist optimal, wir haben ja vorher Gäreste ausgebracht, und pH-Wert müssen wir halten, mal sehen, ein bisschen kalt, vorbereiten, drei, vier, ne, drei, fangen aber zwei an, das ist ja schon weit, ne, ja, aus dort, gleich mal gucken, ob alles gemacht wurde, vom Helfer ist immer so ne Sache, könnte sein, dass ich ansprechend, äh, das kann fracken hüpfen, und das können wir hier, ein bisschen, ein bisschen löffeln, so, wegmachen, so, angeklappt, nö, den werden wir gleich voll machen, für Feld 1 vorbereiten, und wieder vor, hinter, mit der, so, sogar, ne, vor, hinter machen, das klappt ja anscheinend auch, bisschen, bisschen gießen, ne, wir müssen da dagegen erzählen, ob das was bringt, in der Dürre, wir warten ja in zwei Tagen im Regen, von daher, erstmal Gülle, äh, platsch, Dünger rein, und dann, machen wir die Gärers hinterher, dann machen wir Feld 1 und 3 fertig, und dann habe ich das Feld auch noch gleich 21, das war ja ausgeteilt, da hat man mal eh, da hat sich noch eine gute Frucht dafür, ne, halt Benzin im Fall, oder Diesel, Diesel, nicht, Diesel, Diesel, so, Dünger war, um die Ecke, tanken müssen wir nicht, Temperatur, ah, ne, auch nicht, so, Degel auf, so, total zu komisch habe ich heraus, füllen wir gleich auf hier, so, wenn wir eh stehen, dann können wir ja gleich mal, die Folge werden, ne, komisch aber, das soll's schon für heute gewesen sein, nochmal vielen Dank für die Reinschauen, dann seid mal tschüss, und tschau, tja, morgen geht's hier weiter, hier, in, hier im Ohren, in was wir im Bad, kommen wir auf die Reinschauen, tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal, tschüss, und dickes Dank für die Beschreibung, tschüss. Vielen Dank.